Frühstück am Strand 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF Papa ist die Schöne im Auftrag des ZDF und die Schöne im Auftrag des ZDF und die Schöne im Auftrag des ZDF Ja, ja! Hallo! Hallo! Na, wir sind mit dem Essen fertig. Wir fahren aber jetzt von da weg. Weil hier dürfen wir nicht stehen. Hier ist es per Strafe verboten. Ich habe bei der Informationsstelle nachgefragt. Ich habe gesagt, auf keinen Fall in der Stadt parken und schlafen. Weil diese Ranger fahren mit Zivilfahrzeugen durch die Gegend. Und wenn sie sich beim Schlafen der Wischen in einem Auto dann zahlt so 1.500 Dollar Strafe. Mädel und Meinzige stellen sich einfach in der Seitengasse. Ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Weil das haltet mein Budget nicht aus. 1.500 Dollar Strafe. Da wurde ich mal ausgelacht und verarscht. Aber es ist mir egal. Ich habe mich durchgesetzt. Wir fahren weiter zu einer Raststation auf der Autobahn, wo wir stehen dürfen gratis. Ja, wir sind jetzt auf einer Autobahn-Raststation. Also Not-Raststation. Da gibt es eigentlich nichts. Und wir werden hier jetzt die Nacht verbringen. Morgen in der Früh noch gemeinsam frühstücken. Und dann werden wir uns wahrscheinlich trennen. Ich fahre weiter runter Nord nach Sydney. Und sie werden wieder rauf fahren Richtung Brisbane.